Hallo Leute, ich bin's wieder, euer KigaLP. Heute spielen wir mal eine Runde Aura Plus auf dem Server Gommel HD. Ich hab's gerade eben schon mal gespielt, ist eigentlich ganz nice. Ähm, Kitty Carlo aka Sunnys Graffiti TV ist natürlich auch dabei wieder. Wir sind beide in Team Türkis. Und ich werd mir gleich den... Hallo Leute. Ja, falls ihr Aura Plus nicht kennt, das ähm... Ähm, ich bin unten nicht... Was? Bist du tot? Ja, ich hab überlebt! Alter, das musst du dir auf der Aufnahme anschauen, ich hab nur noch zwei Herzen. Aber ich hab überlebt. Okay, Patti, ich, ich. Dann geh doch nicht in den Fight. Also, nur Schaden kriegt man hier ja eh nicht. Aber ich hab keinen Endappellen mehr. Was? Eine, ich hab eine. Hier, warte. Du wirst mir gar keinen Sinn. So? Ne. Okay, ich kann sie nicht. Hä, ich hab sie aber hingeworfen. Bitte. Ich hab nur noch 16. 16. Hier liegt einfach Stuff. Okay, ich hab wieder Stuff. Aber... Oder? Ja. Und 16 Endappellen. Ne, ich hab vier Erz... Weil da hat jemand gestorben. Ich hab gerade einen mit der Angel runter. Sehr schön. Du hast doch Schneewelle. Du hast doch übrigens Schneewelle, gell? Ja. Falls ihr Aura Plus nicht kennt, ähm... Also es ist auf Gommel. Ähm... Und da geht's irgendwie darum. Bin und nicht, bin und nicht. Bin und nicht. Gut. Ja. Ist stark. Gigi, dann kannst du dir mal erklären. Ich muss mir hier ein bisschen... Ähm... Ich spektate mich mal. Oh, ich bin die Einzige. Ja. Ähm... Also es geht halt darum, die anderen runterzornen und es gibt halt da Teams. In diesem Fall vier. Ja. Ja. Ähm... Ja. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Man hat halt Enderperlen, mit denen man sich zurückteleputieren kann, falls man runterfällt. Ähm... Ja. Nein! Wirf mehr, dann spamm doch Enderperlen, Cardi! Ja, als ob du immer... Halt euch immer? Ja. Egal. Okay. Tschüss. Hallo Leute! Ich bin's wieder. Gegall. Ja. Okay. Geil, P. Wir spielen heute noch ne Runde With Aura Plus, mit Kitty contractor, aka Sunny Scared Wir sind ein Team für den Feet. Ja, das war's. Hallo. Hallo. Komm ich auch mal zu Wort hier. Oh mein Gott. Oh, hier hat jemand ein Gast gesponnt. Geil. Hey, yo. Kann man das nitten? Ja, den Gast kann natürlich. Geht das nicht? Alter, das macht vielleicht Schrei. Ja. Das macht vielleicht Schrei. Oh! Nein! Schon? Ja. Das ist nicht so nice. Alter, Mann. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich hab das... Er ist jetzt zum dritten Mal. Ja, ich hab Enderwaren gespawnt, äh, gespammt und hab's geschafft. Gut. Oh, hinter dir ist ein... What? Alter. Stimmt, ich spawn mal auf'n Gas. Aber da ist da, wo viele Menschen sind. Nein, ich stecke in der Wasser. Und du musst ein Creeper oder so explodieren. Ja, ich weiß schon. Man kann Creeper so hinsetzen und dann weg... äh, weg... äh, katabolieren lassen. So. So. Oh, fuck. Wo bist du denn? Oh, ich hab's nicht gewonnen. Ja, los, setz, setz, setz. Zwei-Hatim, zwei-Hatim. Du bist gleich tot. ich habe es geschafft als ob dann bleibt da und lebe doch kommt schon jetzt bleibt da nein ich hätte gerade überlebt man und dann bin ich gestorben ach man hallo leute ich bin's wir spielen auch los ihr kennt das wahrscheinlich die letzten war dann nicht ganz ich bin übrigens auch dabei also kitty karlow aka sein ist graffiti tv du bist ja immer dabei er hat mich mal wieder vergessen habe ich aber nichts neues machen wir nicht machen ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ja ich bin ja ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin wieder da ich stecke im block ich stecke hier oben war nicht die präsentiert aus ich bin im baum ich bin im baum ich habe es geschafft nein ja ich habe noch elf in der perle ja man hat mich ja ich habe eigentlich glaube ich und da würde ich erst mal gewinnen und du hast schon wieder gemacht ja ja ich habe wieder geschafft weiter oder ob das macht so bock ich habe nur noch 9 in der perle ich habe mich versteckt in einem brunnen quasi würde ich mal sagen nein ich habe gerade nicht in der perle anstatt bogen nein ich wollte eigentlich essen und hat dann in der perle und übrigens hast du schon wieder gemacht ne was weißt schon ja ja man weiß wie du hast ne ich bin ein bisschen undercover um ist es sollte ja nicht zu viel aber die du läufst mir vorbei schau in diesem brunnen bin ich ja ist mein namen tschüss hau ab ist ein loch ja das ist doch gefährlich wenn ich jemand hin geschlecht nö da äh ich teleportiere mich mit einer perle weg ich habe voll den guten flucht flucht weg rein ich habe ja ich glaube ich habe einen dann habe ich nicht ich habe nur noch drei an der perle die an real variable geist und intro und dream sind noch dabei und natürlich wir zwei falls einer von euch nicht weiß was oder plus ist ja hallo wenn jemand keine ahnung sein dass man es nicht weiß auf jeden fall geht es darum dass man teams hat und man soll oder man versucht die anderen aus den anderen teams runter zu kicken also man hat verschiedene sachen also zum beispiel einen höchsten starb ender perlen was zu essen vergiftung stank genau ich habe gedacht jemanden vergiftet weiter nein nein also 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 oh man ich habe in der fällen gespamt aber bin an der decke kleben geblieben dann nutzen sie sinnvoll würde ich ja es gibt noch zwei teams und einer ist auch alleine die chancen stehen schlecht dass du achtung über die die chancen stehen die chancen stehen und die chancen die chancen die chancen hinter dir ist der gelbe wo heute nicht nur noch vor mir weggegangen das war gerade an der seite ist ein gelber ist ich bin und da hat gerade hey da sind ja zwei rote und die weiße genommen das ist der fight hinter dem hinter dem haus ist der andere typ oder der ist gerade runtergefallen der muss sein auf dem haus drauf ja der muss da irgendwo auf dem haus sein da wurde zumindest runter geschossen aber das lebt noch auf dem baum nein ich habe eine interpelle geworfen aber ich habe überlebt deswegen ich habe die enderpelle hat nicht mehr gelettet oh ich habe ein loch gefallen neben nur noch drei hinter dir hinter dir ist kein boh ach du hinter dir hinter dir hinter dir nein ich habe eine rolle geworfen der stirbt durch enderpelle dann sehen wir uns gleich zur nächsten folge bis gleich hallo leute ich bin kigalp wir spielen aber das ist kittichal oh ja die map ist geil erst mal in so richtig kurzen sätzen leben oh man irgendjemand hat schon gas gespawnt so hier oben ist man einfach richtig gefährlich ich habe auch im gas gespawnt ich bin außerhalb vom zaun gelandet ich finde es gut dass man hier so viele enderpellen hat nein ich bin außerhalb vom zaun gelandet das war's von mir leute wenn euch das video gefallen hat lasst gerne mal einen daumen nach oben da wird mich sehr freuen schreibt auch mal in die kommentare ähm was ihr gerne sehen wollen würdet ähm ja ciao tschau tschau